Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei UpperFloor Capital zu einem erneuten Video und das soll mal wieder um die Grenke AG gehen. Wir hatten ja gestern schon die kleine Zusammenfassung, was denn so passiert ist, was mit dem Kurs passiert ist, ob man das Ganze denn mit Wirecard vergleichen kann. Und jetzt haben wir gestern und vorgestern noch ein paar kleinere Statements gehört, denn heute das große Statement der Grenke AG, wo sich dann gestern Abend bzw. zum Nachmittag dann auch die Aktie wieder gut erholen konnte und man dementiert hier von Seiten Grenke alles vollkommen und sagt, man möchte auch bitte nicht mit Wirecard verglichen werden. Wirecard ist erstmal ein ganz komplett anderes Geschäftsfeld, ganz anderes, ja, geschäftsgrundlegendes Sektorgebiet, um es einfach mal so auszuformulieren. Und jetzt bleibt aber bei manchen immer noch dieser faden Nachgeschmack, wie hier auch hier unten ich nochmal markiert hatte in den Artikel, dass eben diese Vicaroy Research schon damals Ende 2016 bei Wirecard gesagt haben, dass es dort Auffälligkeiten gibt in den Margen, in den Bilanzierungen und in den Drittpartnergeschäften und im Auslandsgeschäft und eben, wie gesagt, seit 2016 dort im Short-Bereich angesiedelt ist bei Wirecard, das heißt auffallende Kurse, gewettet hat. Und dort gab es ja auch immer wieder ein Hin und Her, Berichte hier, Sonderberichte dort, rechtliche Schritte auch gegen die Vicaroy Research und gegen andere Short-Seller. Und letztendlich hat man dann aber doch recht behalten mit den Sachen und Vorwürfen gegen Wirecard. Und da sind momentan auch sehr, sehr viele Investoren, Analysten sehr, sehr vorsichtig, was die Grenke-Aktie so betrifft, da man eben, wie gesagt, diesen großen Namen Vicaroy Research, die bei Wirecard komplett recht hatten, eben noch im Raum hat und dieser finale Abschluss quasi immer noch nicht gegeben worden ist. Wir haben jetzt wieder eine weitere Parallele. Gestern hatte ich ja oder vorgestern in dem Video ja auch schon gesagt, dass es ja keine Insider-Käufe gab. Jetzt gab es die in Anführungszeichen, muss man aber sagen, und zwar haben wir hier den Florian Schulte, der auch die Aufsichtsratposition inne hat. Der hat eben hier gekauft zu einem, ja, angepassten Preis von 35 Euro, also der hat in mehreren Chargen zu verschiedenen Preisen gekauft, hier zwischen 40, 39, 36, 20 Euro, 27 Euro und das hat dann quasi einen Mittelwert von 35 Euro und insgesamt hat er in einem Volumen von 125.500 Euro dann Grenke-Aktien gekauft. Ich vermute allerdings, dass es hier keine Insider-Käufe in der Hinsicht sind, sondern dass es einfach, ja, bei Orders Waren, falls es nochmal zu einem Crash kommt, wie auch schon im Corona-Umfeld, dass man eben als Aufsichtsrat, der sich nichts hat vorzuwerfen, der auch der Meinung ist, dass im Unternehmen alles wunderbar und tutti-futti ist, ja, einfach die Möglichkeit da nutzt, vom eigenen Superunternehmen, wo man eben mehr Upside sieht als Downside und auch in einem, ja, zukunftsweisenden Geschäftsumfeld eben ist, dann einfach günstig Aktien kaufen zu können. Das heißt, das hier sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, allerdings denke ich nicht, dass hier irgendwelche, ja, rechtlichen Schritte oder sonstiges, ja, folgen. Die Transaktion, die wir hier sehen, ist auch zum 16., 17. Erfolg, das heißt, man hat auch sämtliche Börsenauflagen und so weiter eingehalten. Also ich denke, das sollte man sich hier nur nochmal im Kopf behalten und das werden wirklich Buy-Orders sein und nicht sowas, wie wir bei Markus Braun gesehen haben, der dann auch mal irgendwie versucht hat, ja, Vertrauen und sonstiges zu schüren. Dann hatten wir heute zu Punkt 14.50 Uhr ein sehr, sehr großes, ausführliches Statement der Grenke AG. Ich habe auch den Link unten mal in die Beschreibung gepackt, da müssen sie denn von DP AG dann quasi diesen Artikel suchen von 14.50 Uhr und da gab es ja dann diese 3, 4, 5 großen Überschriften, die quasi der Grenke AG vorgeworfen wurden und zwar soll es da wohl im Bereich Franchise und Start-up, ja, wohl die Vorwürfe zum Insiderhandel von Rechtsverstößen und zu hohen Kaufpreisen und so weiter gegeben haben, die hat man jetzt auch vollständig, beziehungsweise in dem Statement dann nach seinen Maßstäben widerlegt, hat gesagt, dass alles angegeben wurde, dass alles rechtlichen Auflagen entsprochen hat, dass man alles öffentlich gemacht hat und eben Insiderhandel und Rechtsverstöße dann eben hier nicht zutreffend sind und auch die Art und Weise der Bewertung und der letztendlichen Transaktionshöhe der Zukäufe, ja, entspreche ganz normalen Marktbedingungen und da hat man jetzt nicht irgendwelche großen Aufpreise oder sonstiges bezahlt. Dann zu der Liquidität, wo es ja so viele Vorwürfe gab, dass man da irgendwelche Kundenfinanzierungen oder sonstige, ja, Sicherheiten dort mit reingerechnet hat, hat man jetzt das auch dementiert, indem man eben auch nochmal vorgerechnet hat, dass man im Umfeld vom April eben noch mehrere Kredite und Anleihen, eben die Anleihen ausgegeben hat, die Kredite aufgenommen hat, um eben dem Unternehmen für die Zukunft für weitere Corona-Herausforderungen oder sonstiges noch mehr Liquidität zur Verfügung zu stellen und, ja, dass die Gelder auch vollständig beziehungsweise zu 90% auf deutschen Konten liegen, auf deutschen Großbankenkonten und von diesen, ja, 90% sogar auch nochmal 90% eben auf dieses Konto der Bundesbank entsprechen. Das heißt, es gibt daher auch keine Auslandskonten oder sonstiges. Das heißt, man braucht sich da keine Sorgen zu machen, dass sich da irgendwelchen Regulatorien oder sonstiges, ja, entzogen wird. Der nächste Punkt war die Geldwäsche und, ja, da meinten die, ja, Verantwortlichen der Grenke eben auch, dass alles nach den normalen rechtlichen Rahmenbedingungen, ja, entspricht und gemacht wird, dass die Policen dort eingehalten werden und in Ordnung sind und dass man eben auch ein System nochmal verwendet, was eben da auch nochmal, ja, Aufschluss gibt und alles nochmal nachkontrolliert. Und dieses System ist eins zu eins genau dasselbe, wie es auch 100 andere Banken alleine in Deutschland, ja, benutzen und tagtäglich eben, ja, nutzen und dort Daten eingeben. Dann wurde nochmal der Punkt der Margen widerlegt und zwar wurde da eben gesagt, dass es hier sich nicht um irgendwelche Drittfinanzierung oder Geldwäsche-Sachen oder sonstiges handelt, sondern dass es einfach mit Angebot und Nachfrage zusammenhängt und dass man eben jetzt auch seine Geräte und so weiter, die man eben vermietet, liest und solche Sachen, ja, auf den neuesten Stand gebracht hat und dort eben neue Technik, einen höheren Beschaffenswert hat und dann eben auch natürlich einen höheren Leihwert hat und man da eben mehr Geld hinlegen muss und da kann man dann natürlich auch höhere Margen bzw. dann auch Sicherheitsmargen und so weiter verlangen. Auch das Thema vom CFO ist geklärt, da wurde von seitens von Vicaroy Research gesagt, dass es kein CFO gibt, also kein Chief Finance Officer, Officer wahrscheinlich, ja doch, Officer müsste stimmen, dass, ja, dort quasi keine Kontrolle nochmal von einer internen Instanz gemacht wird. Das wurde auch widerlegt, dass dort eine, ja, Dame im Aufsichtsrat eben auch die Stelle des CFOs an sich hat. So, und damit ist dann quasi, sind die großen Felder alle widerlegt. Man hat auch nochmal gesagt, wenn, also mit der Annahme, dass dieses Statement dem Vicaroy Research und anderen Short-Sellern jetzt momentan nicht reicht, dass man alle seine Unterlagen auch nochmal der KPMG zu, ja, zuführt und dort quasi nochmal eine Sonderprüfung seitens der Wirtschaftsprüfer von KPMG einleitet, um noch weitere Fragen zu klären und das alles auch nochmal von außen, von einer, ja, offiziellen und außenstehenden Person, in Anführungszeichen, alles prüfen und, ja, gegenzeichnen lässt. So viel also dazu. Von meiner Seite her sind auch erstmal alle Fragen geklärt. Das ist ja wirklich ein sehr, sehr schönes Statement. Hier, wie gesagt, sehen wir die Zusammenfassung, wirklich auch sehr gut geschrieben, alles sehr verständlich. Man kann alles nachvollziehen, hat keine Fragezeichen im Kopf. Und jetzt wird es wirklich sehr interessant, wie eben die Antwort von Vicaroy Research, ja, oder anderen, ja, Short-Sellern dort ausfällt, was der nächste Schritt ist. Auch die Grenke hat jetzt gesagt, dass man nächste Woche darüber berät, ob man dort, ja, gegen diese Short-Seller eben rechtliche Schritte einleitet. Und das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr spannend. Auch wie es mit der Aktie weitergeht. Wie gesagt, wir hatten jetzt hier diesen großen Einschnitt, wo hier dieser Bericht veröffentlicht wurde, wo es dann sehr, sehr stark runterging. Hier hatten wir dann die Käufe von diesem Aufsichtsrat-Mitglied, was ich ja auch mit drinne hatte. Und dann, wie gesagt, hier zu dem Zeitpunkt dann gestern das erste Statement, jetzt das zweite Statement. Und ja, da ging es jetzt auf jeden Fall wieder nach oben. Wird sich zeigen, wie lange das dauert, bis es jetzt wieder ganz nach oben läuft, beziehungsweise ob da jetzt noch weitere Fragen aufkommen, wie auch der Sonderbericht von der KPMG und so weiter ausfällt. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich bleibe natürlich weiterhin dran für Sie. Ich bedanke mich wie immer für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen auch einen wunderschönen Resttag. Und dann Wochenende. Bis zum nächsten Mal und Tschüss!